Wir wissen, was Adobe Firefly ist, ein Diffusion Model. Wir wissen, wie ein Diffusion Model funktioniert. Trainiert dann Bild und Text, gibt dir Bilder. Und in diesem Video will ich darüber sprechen, was Adobe Firefly von anderen Diffusion Modellen unterscheidet. Es gibt verschiedene Diffusion Modelle. Die bekanntesten sind wohl DALI von OpenAI, die auch JetGPT gemacht haben. Mit Journey, das ist auch ein richtig, richtig gutes Tool. Und Stable Diffusion. Stable Diffusion ist Open Source, also gratis zugänglich für alle, jedoch in der originalen Version unangenehm zu arbeiten. Dafür gibt es aber Dinge wie Leonardo. Aber was unterscheidet all diese Modelle von Adobe Firefly? Erstmal ganz, ganz einfach. Während der Verwendung von Adobe Firefly ist mir schon mal aufgefallen, dass das Tool unglaublich schnell ist und es ist sehr, sehr einfach zu verwenden. Man braucht nicht wirklich komplizierte Prompts eingeben. Man kann mit ein paar Klicks auch die Beleuchtung und die Styles sehr, sehr schnell verändern. Aber die grössten Unterschiede sind das hier. Macht Bilder, habe ich dir schon gesagt. Du kannst Lichter verändern und so weiter. Aber das Allercoolste ist folgendes. Firefly is trained on Adobe Stocks. Openly licensed content. Content where copyright expired. Also, ich habe dir ja schon gesagt, dass alle Diffusion-Modelle trainiert wurden an Bildern. Und Adobe Firefly wurde trainiert an Bildern von Adobe Stocks. An Bildern, wo es jedoch keine Urheberrechte mehr gibt. Das heisst also, man kann sich zu 100% sicher sein, dass man die Bilder von Adobe Firefly problemlos verwenden kann, zum Verkaufen, auf T-Shirts zu drucken, was auch immer. Generell ist das auch so bei Mid-Journey, Stable Diffusion und Dali. Jedoch kannst du dir nicht zu 100% sicher sein, dass das Modell an Bildern trainiert wurden, die keine Lizenz haben. Wenn das Bild zum Beispiel trainiert wurde an Bildern, die Copyrights haben und dein Bild sieht zufällig ganz genauso aus wie ein solches Bild, dann könnte es sogar vorkommen, dass dich jemand anzeigt, weil er ganz einfach sagt, hey, das ist mein Bild. Obwohl du es erstellt hast und es nicht deine Absicht war, das Bild zu stehlen. Adobe gibt dir hier sozusagen die Garantie, dass all das komplett sicher ist und nirgendwo Copyrights greifen können. Und im Laufe des Artikels erklärt dir Adobe noch ein paar Dinge. Es gibt mehrere Sachen von der Generative AI. Es gibt Large Language Models. Ich denke, jeder kennt JGPT. Und es gibt eben auch Diffusion Modelle, über die wir bis jetzt gesprochen haben. Und Firefly ist ganz einfach ein Diffusion Modell. Es unterscheidet sich von Stable Diffusion eben hauptsächlich dadurch, dass es trainiert wurde an Bildern von Adobe Stock. Nach und nach sollen alle coolen Features integriert werden in Adobe Express, in Photoshop und in Illustrator. Außerdem kannst du coole Dinge machen, wie auch Texteffekte machen, Inkpainting und auch das Outpainting sollte noch dazu kommen. Und auch 3D-Objekte solltest du danach mit Prompts verzieren können, sobald das Feature aktiv ist. Hier bekommst du noch einige Beispiele, wofür du Adobe Firefly verwenden könntest. Wenn du zum Beispiel bei einer Firma arbeitest, die ganz einfach Klamotten designt, dann kannst du deine Designs machen und sie mit einem Prompt sehr, sehr schnell umändern und du bekommst wirklich sehr schnell gute Ergebnisse. Du kannst ganz schnell viele Konzepte machen, zum Beispiel für Buchcover, perfekt für Brainstorming von mehreren Bildern, Ideen sammeln, zum Beispiel von Headshots, verschiedene Winkel, verschiedene Themen für Wallpaper-Designs und so weiter. Außerdem wird dir gesagt, dass es sehr einfach zu verwenden ist. Es ist in Beta und du kannst es ganz einfach auf ihrer Seite verwenden. Das sehen wir uns danach natürlich genauer an. Und hier wird dir noch ein klein wenig erklärt, wie du deine Prompts bzw. deine Outputs verbessern kannst. Auch das sehen wir uns natürlich noch viel, viel genauer an. Was nehmen wir also aus dem Video mit? In diesem Video haben wir eigentlich hauptsächlich gelernt, dass der allergrösste Vorteil von Adobe Firefly ist, dass es an den Bildern von Adobe Stock trainiert wurde. Und Adobe garantiert dir, dass sie komplett lizenzfrei sind. Ausserdem ist es sehr, sehr einfach zu verwenden. Viele Features funktionieren jetzt schon, noch mehr Features werden integriert, wie zum Beispiel 3D-Modelle verzieren durch Prompts, In-Painting, später auch noch das Out-Painting, wird auch noch integriert und so weiter. Und es ist sehr einfach zu verwenden und unglaublich schnell. Generell erinnert mich hier Firefly sehr, sehr stark an Leonardo. Leonardo läuft auf Stable Diffusion. Leonardo hat jetzt schon das Out-Painting und auch die 3D-Modelle mit integriert, also ist hier vielleicht Adobe aktuell tatsächlich noch einen Schritt weiter hinten. Jedoch überzeugt mich, dass Adobe so einfach funktioniert, die garantierte Lizenzfreiheit und dass alle Dinge noch kommen und integriert werden in Photoshop, Illustrator und Adobe Express. Und das war der Unterschied von Adobe zu den anderen Diffusion-Modellen.